Richtig gelbe Karte gegen Stefan Kloos, dann Jan Vortok, Stefan Kloos ist noch am Ball, aber dann trudelt er doch über die Torlinie und es heißt 1 zu 1 nach 13 Spielminuten, welcher ein Auftakt im Dortmunder Westfalen-Spiel. Noch 15 Minuten, der HSV jetzt mehr und mehr am Drücker und da segelt Stefan Kloos am Tor vorbei, Vortok nach Kotowski, vorbei an Kloos und setzt den Ball ins Eck zum 2 zu 2 nach 78 Minuten. Welcher ein Spiel, welcher ein Treffer, hier Vortok vorbei an Kloos, immer das leere Tor vor Augen, dass er dann auch...